Was sind die verschiedenen Arten von Krebsscan? Verschiedene Arten von medizinischen Bildgebungstests werden zur Diagnose von Krebs verwendet. Diese Tests umfassen Röntgenmagnetresonanstomographie, Computertomographie und Positronenemissionstomographie. Einige davon können auch bei der Behandlung von Krebserkrankungen helfen. Dies bedeutet, dass bewertet werden kann, wie weit der Krebs im Körper fortgeschritten ist und ob er metastasiert ist. Jede Art von Krebsscan verwendet eine leicht unterschiedliche Technologie und liefert Ergebnisse mit unterschiedlicher Genauigkeit und Detailgenauigkeit. Oft werden zwei dieser Krebstests gleichzeitig durchgeführt, da einiges ganz bei gemeinsamer Anwendung einen synergistischen Effekt haben. Das Röntgen ist der grundlegendste Test, der als Krebsscan fungieren kann. Röntgenstrahlen sind zwar ein nützliches Diagnositol, sie sind jedoch nicht detailliert genug für eine genaue Diagnose und werden nicht zur Behandlung von Krebs eingesetzt. Röntgen ist einer der ersten diagnostischen Bildgebungstests, mit denen Krebs diagnostiziert werden kann, auf den jedoch fast immer mindestens ein weiterer diagnostischer Scan folgt. Die Computertomographie, auch als Computertomographiescan bezeichnet, verwendet die Röntgen-Technologie, verwendet jedoch zusätzliche Geräte, um Röntgenstrahlen aus mehreren verschiedenen Wünkeln gleichzeitig aufzunehmen. Diese Art von Krebsscan kann dreidimensionale Bilder des Körpernern erzeugen und ist ein viel nützlicheres diagnostisches Werkzeug als eine einzelne Röntgenaufnahme. Der Hauptnachteil des Computertomographiescans besteht darin, dass die erzeugten Bilder kontrastarm sind. Um dieses Problem zu beheben, erhält eine Person, die sich einem Computertomographiescan unterzieht, möglicherweise eine intravenöse Injektion von Kontrastmittel, damit der Scanner detailliertere Bilder erstellen kann. Magnetresonanzbildgebungscans Magnetresonanzbildgebungscans Der Positronenemissionstomographiescan oder Positronenemissionstomographiescan ist der effektivste Krebsscan, der zum Erkennen und Stagging von Krebs eingesetzt wird. Im Gegensatz zu jeder anderen Art von Krebsscan stützt sich der Positronenemissionstomograph auf metabolische Unterschiede zwischen maligen und nicht maligen Zellen, um Krebs im Körper zu erkennen. Diese Eigenschaft des Positronenemissionstomographiescans bedeutet, dass dieser spezielle Test detaillierter und genauer ist als jeder andere zur Diagnose von Krebs. Die Kombination eines Positronenemissionstomographiescans mit einem Computertomographiescans oder einem Magnetresonanztomographiescans ermöglicht noch genauere und detailliertäre Ergebnisse, die eine genaue Krebsprognose ermöglichen. Informationen über Ort, Größe und Stoffwechselaktivität eines Tumors sind entscheidend, da sie die Art der Behandlung beeinflussen, die ein Patient erhalten kann. Diese Kombinationscans sind auch sehr nützlich, um zu bestimmen, wie gut ein Patient auf eine bestimmte Behandlung reagiert, nachdem er durchgeführt wurde.